Baddha-Kaupara-Paschimottanasana ist eine der fortgeschrittensten Variationen der Vorwärtsbeuge. Baddha-Kaupara-Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge mit verschränkten Ellbogen. Aus der Sitzhaltung ausgehend fasse mit den Händen, wenn möglich, um die Ellbogen herum und dann strecke die Beine schrittweise wieder aus. Und selbst wenn du es nicht gleich auf Anhieb vollständig hinbekommst, ist es eine wunderbare Weise, die Wirbelsäule weit auseinander zu bekommen, auch in den Schultern weiter zu werden und die Flexibilität in den Hüften zu entwickeln. Kleine, einfachere Variation ist natürlich die Baddha-Kaupara-Paschimottanasana, wo du die Hände faltest um die Füße herum und dann von hier aus die Beine ausstreckst. Die fortgeschrittenste Version von diesen Baddha-Hasta ist eben die Baddha-Kaupara-Paschimottanasana, indem du die Unterarme um die Fußsäule und die Hände um die Ellbogen bringst. Vielen Dank.